So Leute, grüßt euch erstmal. Ich habe ein paar Anfragen gehabt. Ich soll doch bitte mal auch diese Magnetmesserblocks vorstellen, die wir im Angebot haben. Momentan im Shop ist ja nur der für 8 Messer. Wir haben aber welche für 6 und für 4 Messer auch. Dazu gibt es zu sagen, diese Blocks werden jeweils immer einzeln gefertigt. Das heißt, wenn jemand bestellt, wird der Block gefertigt. Weil ich kann mir die nicht an Lager legen. Die Dinger sind relativ teuer. Das hat aber auch seinen Grund. Das zeige ich euch gleich. Nochmal ganz kurz zu unseren zwei Schneidbrettern. Das gibt es einmal in Eiche. So sieht das aus. Hier an der Seite hat es Griffe. Die Maße sind 45 x 32 oder 33. 33 cm sind es glaube ich. Und mit dem Brett kommt hier praktisch und ist 40 Millimeter stark. Gemacht hier generell beide Bretter aus Stirnholz. In dem Fall, das ist das Eichebrett. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und zu jedem Brett kommt dazu so ein Ständer. Die waren anfangs nur verleimt. Hier mittlerweile haben wir sie verstärkt mit Schrauben, so dass dann nichts mehr passieren kann. Und wenn ihr jetzt das Brett fertig genutzt habt, dann könnt ihr es auf der Anrichte oder so einfach abstellen. Hier. Und dann steht das Ding und fertig. Das gleiche hier beim Nussbaum. Kann ich auch noch kurz zeigen, wie das aussieht generell. Auch hier eine Saftrille rundherum. Wenn jemand so ein Brett ohne Saftrille haben möchte, kriegt das selbstverständlich. Muss er halt nur vielleicht 14 Tage darauf warten. Wir machen auch Einzelanfertigungen. Also das macht auch am Preis nicht viel aus. Also von daher gesehen, wenn ihr besondere Wünsche habt, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann können wir da schauen, wie das funktioniert. Was hier bei den Brettern immer wieder mal sein kann, Leute. Das ist ein Naturprodukt. Da kann zum Beispiel so ein kleiner Haarriss drin sein. Der ist aber dann normalerweise gefüllt und da passiert auch nichts. Und was der ganz große Vorteil bei unseren Brettern ist, wenn in ein, zwei, drei Jahren egal ist irgendwas, dann schickt ihr uns das Brett ein und wir können das überarbeiten. Das wird unter Umständen neu geschliffen, wird nachgefräst, je nachdem, was auch immer ist. Wo ich eigentlich ziemlich sicher bin und eigentlich tiefenentspannt ist, so ein Brett verzieht sich eigentlich nicht. Aber mal was ganz generelles dazu. Wenn ich ein Schneidebrett, egal was für ein Schneidebrett, aus Holz, vorne abwasche, muss ich es auch hinten tun. Das heißt, wenn ihr immer nur die Vorderseite abwäscht, dann ist die feucht und hinten nicht. So ein Brett wird sich auf Dauer verziehen. Vor allen Dingen, wenn es dünner ist und vor allen Dingen, wenn es kein Stirnholz ist. Es die meisten waren einfach aus Preisgründen, sage ich jetzt mal, aus Langholz und ich habe kein Schneidebrett gehabt, das sich nicht verzogen hat, außer wenn ich 40 Millimeter Stirnholz oder dicke hatte. Ja, so. Das zu den Brettern. Das Thema können wir abhaken. Die sind eigentlich auch hinreichend bekannt. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Magnetblöcken. Nummer eins. Der ist für acht Messer. Das heißt, vier diese Seite, vier diese Seite. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich kann hier sogar so einen Wäscher dranhängen. Ist egal, das Ding, das hängt bombenfest. Ja, zum Wegmachen muss ich wirklich ein bisschen drängen. Ja, so. Ich zeige euch mal was anderes. Ich wollte ja auch was günstiges anbieten und dann habe ich mir was machen lassen, zum Beispiel in China. Das sind die Dinge, wo ihr ein Amazon für 25 Euro kriegt. Ähm, das Problem ist, ich muss vorsichtig sein. Schaut mal, äh, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Äh, ich gehe da lieber ein bisschen zurück. Das war mir viel, viel, viel zu unsicher. Äh, wenn ich, wenn ich hier das Messer dran mache, hier, schaut mal, wenn ich hier das Messer dran mache, steht. Ja. Aus dem Grund, äh, kosten die Dinger auch ein Schweinegeld. Äh, da sind richtige hochwertige Magneten drin. Ähm, und äh, dementsprechend, ich glaube, irgendwas für 60 oder 70 Euro sind da Magneten drin. Und ich meine, das muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Äh, also wir haben den als 8er Block. Dann haben wir das Ganze als 6er Block. Ich stelle den mal so hin, dass man mal sieht, vom Größenverhältnis. Hier. Dann hier. Dann hier. Warte, ich muss da ein bisschen rüber machen. Dann hier. Und dann machen wir hier noch ein Brotmessel dann nehmen. Und hier können wir auch noch eins machen. Ja, das große kann ich jetzt nicht dran machen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So. So sieht der aus als 6er Block. Auch hier die Magneten halten einfach. Da rutscht nichts weg oder sonst was. Ja. So, und dann haben wir das Ganze noch als 4er Block. Ich stelle den mal kurz rüber. So. Als 4er Block. Und auch hier Messer dran hält. Messer dran. Da rutscht auch nichts runter. Schaut mal. Da rutscht nichts. So. Aber normal mache ich es ja so weit runter, dass es ziemlich anliegt. Ja. Hier noch eins. Hier noch eins. So sieht das Ding rundherum aus. Und das war's. Und wie gesagt. Hier steht der Preis schon fest. Der kostet glaube ich 15 Euro weniger. Und der kostet glaube ich nochmal 15 Euro weniger. oder so. Ich muss genau nachgucken. Oder 10 Euro weniger. Ich stelle die aber alle drei ein. Und bitte, wer die bestellen mag, rechnet mit circa 14 Tagen Lieferzeit. Normalerweise passiert es innerhalb von einer Woche. Aber mein Produzent. Aber mein Produzent. Der arbeitet auch normalerweise. Und der macht die Dinger dann halt so, wie sie reinkommen. Und äh. Normalerweise ist er also relativ schnell. So. 3, 4 Tage oder so. Passt das. Aber. Aber. Versprechen tue ich es nicht. Deswegen sage ich 14 Tage. Okay. Das war's mal soweit. Nächstes Projekt steht schon an. Immer schön eins nach dem anderen. Äh. Das war's mal soweit.